In diesem Video zeige ich dir, wie du Schritt für Schritt einen Strauch zeichnest und diesen passend mit Marken ausmalst. Denn ich habe diese Woche eine Sträucherstudie begonnen. Für unser Beispiel wählen wir folgende Stifte. Ich arbeite aktuell mit den U-Marken, und zwar mit den Farben GY43 Deep Olive Green, GY1 Pale Green und GY6 Anis. Hallo, ich bin Diris, Landschaftsarchitektin und Autorin des Buches Garten einfach günstig. Dann habe ich noch zwei Fineliner, das ist wichtig, die dürfen nicht verwischbar sein mit den Marken. Und zwar die Fineliner sind 0,5 und 1 mm. Ich verlinke dir das in der Videobeschreibung. Male jetzt mit einem Bleistift zwei Kreise und überlege dir, woher die Sonne kommt. Weil so setzen wir dann auch die Farben, also von hell nach dunkel. Dann male ich mit dem Fineliner eine Strukturumrandung und eine Struktur im Inneren der Kreise. Mit dem dickeren Fineliner, also mit dem 1 mm, betone ich die Linien, wo sie mehr Schatten werfen. Jetzt greife ich kurz zum Radiergummi, bevor ich anfange, mit den Marken auszumalen. Bei den Marken habe ich aktuell die Strategie, zuerst hell anzufangen und dann immer dunkler zu werden und dann nochmal mit den hellen drüber zu gehen und das Ganze zu verblenden. Also dann zuerst von hell nach dunkel und dann wieder von dunkel nach hell. Auch immer an die Sonne denken und die hellen Marken so verwenden, dass sie sich auf der Sonnenseite des Bildes befinden. Auch was du nicht vergessen darfst, locker aus dem Handgelenk zeichnen. Sieht irgendwie einfach schöner aus. Und voilà, ich würde sagen, die Sträucher lassen sich sehen und sind ideal, um sie in Landschaftszeichnungen oder in Gartengestaltungsschnitten zu verwenden. Ich verlinke dir hier meine Shorts zur Sträucherstudie. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos zum Thema Zeichnen und Pflanzen in der Gartengestaltung. Lebe deine Gartenträume!